Servus, ich bin der Roman von Merida Centurion. Hier stehen wir bei unserem ersten Cargo Bike von Centurion. Dem Vario ist unschwer zu erkennen ein Longtail geworden. Von der Rahmenform und so befügt sich das Ganze immer noch perfekt in unser komplettes Produktportfolio mit ein. Wir haben uns für einen Longtail entschieden, weil wir einfach im Rahmenbau einfach die besten Erfahrungswerte gemacht haben und es sollte sich so natürlich wie möglich anfühlen, von einem normalen Rad auf ein Cargo Bike umzusteigen. Genau, deswegen haben wir uns für die Longtail-Ware an den Schienen. Es ist ein super flexibles Rad. Wir können damit zwei Kinder transportieren. Wir können ganz viel Gepäck transportieren in den Packtaschen, aber auch in Euroboxen. Die Packtaschen vorne, hinten sind im Lieferumfang enthalten. Wir haben einen Bosch Cargoline Motor mit 600 Wattstunden Akku hier integriert. Zusätzlich, wenn man weitere Reichweite benötigt und noch ein bisschen mehr Power, kann man auch über ein Dual-Battery-System hier noch einen zusätzlichen Akku anbringen. Schutzbleche, Gepäckträger ist natürlich auch hier vorne noch integriert, der nochmal 15 Kilo Belastungen aushält und hier hinten kann man wirklich das Ganze mit bis zu 70 Kilo komfortabel und natürlich fahren. Das Besondere auch am Rad ist, dass wir vorne 26 Zoll Laufräder haben und hinten 24 Zoll, um einfach möglichst guten Schwerpunkt zu erzielen und da einfach ein Rad zu haben, das sich so natürlich wie möglich fährt. Wir wollten eben die, ja, es so niederschwellig wie möglich halten, dass man von eben im normalen Rad auf einen Cargo-Biker umstellen kann. Wir haben ganz viele smarte Details, wie unsere magnetisch schließende Ladeklappe, ein Leitsystem, wo man alles am Rad perfekt finden kann. Wir haben auch hier eine Kabelintegration durch den Steuersatz, einen verstellbaren Vorbau, um die optimale Fahrposition zu finden. Genau, und einfach, ja, natürlich ein Schloss auch, also quasi als Wegfahrsperre, damit einem niemand das Rad vor der Haustür oder beim Bäcker irgendwie wegfährt. Und ganz spannend auch noch eine Federgabel beim Lastenrad vorne, die nochmal zusätzlichen Komfort schafft beim Fahren. Ja, ein Rad, das es so noch nie gab, das super vielseitig ist und wir freuen uns, dass wir endlich auch in dem Bereich so ein schönes Produkt wie das Vario anbieten können. Für weitere Informationen und weitere Videos klickt hier. Bis zum nächsten Mal.